Ist das denn das nicht weh tut? Nö. Awe, da ist er. Was tut er denn jetzt? Alter, jetzt brennt er aus dem Bauch aus. Awe. Ich hab ihn ja auch gerade 2.0 gesunden. Wird er vergiften? Nein oder so, Alter. Weil der hat ja so eine blaue Ghost. Ich frage mich nicht einmal zu. Du frisst einen Starmer. Ja, das legt mich doch an Borsche. Ich meine, wie wüsste es Sinn machen, wenn es doch kein Fehr kommt. Nö. Den wüsste es. Das ist ja nie ein Meter. Das ist ja jetzt einmal davon. Nö. Da. Na weg. Eine Furche. Mann, diese Hitze ist nicht auszuhalten. Da sind noch Alkuchen. Ich muss mal Kalkgetränk haben. Ich kann es jetzt dabei. Jesus Maria. Du hast ja wieder einen super Viecher da. Ist ja toll, jetzt habe ich kein Kalkgetränk, ne? Weil ich rein starten habe müssen. Ah. Schön. So. Der ist alle gesammelt. Verständlich. Was ist denn da los, he? Was ist denn da los, he? Da hat ein Viecher da bei mir. Die soll ja auch froh sein, ne? Ja. Jetzt bringt mir die Hitze da unten um, ne? Weil ich keinen Püls, äh, kein Trink habe. Da hat mich noch oben. Was ist denn jetzt, he? Was ist denn jetzt, he? 180 Schaden, irgendwas hat es gemacht. Ich sehe es. Brutaler Knochen, Alter. Das ist neu, den habe ich noch nicht gehabt. Brutaler Knochen. Ja, jetzt geht wieder so ein Webserl auf mich da. Meine Güte. Das mit den kleinen Viechheiten, das ist echt gesporn. Das ist so anstrengend. Ja, ich nehme ihn eh aus. Ja, geh mich auch, hörst. Herbert, mach ihn kaputt, bitte. Garchenturm. Bevor ich da noch einen Garchen kriege. Bernstein, hab ich gefunden. Ich will so eine Kröte haben. Der Nehrgigante war hier. Wir sind auf der richtigen Spur. Oh, Kröte, Alter, wie geil. Ja, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe jetzt einmal deinen komischen da weggeschickt. Einen Gigante Fußspur habe ich gefunden. Das ist unten gewesen. Ziemlich mittig. Bei 11. Wenn du den 10er Bereich gehst. Ich schau mal, was ich schaue da finde. Schau mal, was ist denn da? Was ist denn jetzt los? Awe. Da kann man abbauen. Beryl ablageren. Mh. Awe. Blauer Beryl. Ah, da kommt schon der nächste Boss. Ja, du hast kaum was zu sagen. Du musst nur sagen, dass du hinterher bist. Ja. Aber hier habe ich nichts Gutes zu drücken dabei, nicht? Ja. Aber hier habe ich nichts Gutes zu drücken dabei, nicht? Awe. Da fischig, fischig. Bist du ein Arsch? Ach so, schief muss es mit mir waren, nicht? Ja. So, was haben wir da jetzt? Ja, ich soll jetzt gegen ein Laberviech kämpfen. Wo seid ihr denn für ihr? Welche? Nein. Ich habe nicht Zeit, ich brauche eine Heilung. Mau, Mau, Mau. Da hinten geht's hier entlang. Einen roten Förderplatz. Dann hauen wir mal drauf, da. Wo seid ihr denn überhaupt für Fische? Ich habe mal wieder eine Schild vor. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Wie sind da zack, die Fische? Da ist alles zack, Alter. Ey, 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 der Dom hat 120 Schaden gemacht, bei den anderen Fischen. Oh, blödschaut jetzt. Warum habe ich den Dom nicht? Gaston, oh, Gaston. Ey, du musst zu den komischen Dings da. Lager. Ich kann das nicht alleine. Ich bin ja nicht so einer, der da... Nein. Muss schon sein, wie ich das mag. So, was ist da jetzt? Knochen. Aber ich brauche unbedingt was zum heilen. Nimm den scheiß Knochenhaufen da von dir. Achso. Ich habe ja schon Dings... Hinweise muss ich noch suchen. Bücher habe ich schon abgeschlossen. Rodaler Knochen hab ich gefunden. Ah, hab ich ja vorgefunden. Schau, da ist was da kommen. Gase raus. Da hat ja auch Druck. Kristall-Explosion. Das will eh da noch nicht sein. Ja, der springt da herum. Da drin. Wo geht's denn da aus? Wo geht's denn da? Da findet man früher sein. Ja, aber... Aber sieh auf. Ja, das ist klar. Ja, da jetzt... Ein paar Tirol da unten einander. Was hat er denn jetzt wieder gefunden? Ah, Drachenknochen-Relik. Super. Ich glaube, Drachen sind in dem Spiel irgendwas Besonderes. Mhm. Drachenpfurz. Ja. Saufbugs. So. Wo war ich denn da nicht da? Mhm. Wo hin? Da hinten schauen, oder? Eigentlich. Oder? Dann spring mal da runter. Wo war ich denn da hinten schauen? Ich weiß, oder? Was liegt da? Stein. Das ist da die Kröte. Die nehmt ihr hier mit. Wo sind die scheiß Spuren? Das war da. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Awe. Ich stiebe gleich. Da sind die eh offen. Da sind die eh offen. Abgeschlossen. Super. Ah, da haben wir wieder einen Drachenknochen-Relikt. Nein, anonymer Schäl. Anonym? Ja. Ich weiß nicht, das ist bei unseren Anomen reingekritzt, oder was? Nein, das nehme ich lieber das. Da komme ich dort hin. Dann werden wir mal da runter gehen. Da ist ja der komische unten. Ich brauche jetzt nur die Spuren von dem Ding da, ne? Necken Begrampen. Ich würde es feiern, wenn der einfach weggeht. Aber schaut das aus. Echter Bärbill habe ich gekriegt. Blauer Bärbill. Was ist denn da mit dir jetzt? Ja. Hast die Viecher so am ersten gesagt. Was ist denn da? Ein paar Warenlos. Ich meine... Ich weiß ja mal woanders. Ich gehe hier jetzt. Nee, Bäri. So, alte Fußspuren wieder. Super. Da drüben. Ein Pikachu daheim. Mato ins Kreuz. Der ist ja klar, ne? Der ist weg da. Der ist weg da. Siehst. Hier weiter. Der ist hier weiter. Na ja, nehmen wir mit. Der weiß, was er es bringt. Mhm. Die Furcht. Was entwickelt's? Oh, da sind wieder näher gigante Dinge. Was ist denn da? Spuckt die mir auch da. Scheiße. Hau da. Wie ist denn da ein scheiß Feigl da? Jetzt kommt's. Was ist denn das? Oh Maria. Der große Jagras. Ja. Der Toto Gama. Toto. Der Lotto Toto. Ihr lasst ihn essen in Ruhe, Alter. Ich mein. Was musst du ihm stören beim Fressen? Und dass der dann grantig ist, das ist ja klar. Da hinten war ich noch. Da hinten war ich noch. Okay. Ja glaubst du, dass ich Angst hab oder so, hä? Na ja, du hast das so gedacht. Jetzt kommt der zweite wieder dahin, Alter. Revierkampf. Na ja, gut. Ich hab gedacht, das ist echt Wursch. Ja, schlagt's euch jetzt? Ich bin extra weggegangen, damit's fair ist. Jetzt schaut da eine blöde. Ah, hat langgespuckt. Super. Jawohl, gib ihm. Na, da sind die anderen Tepperten, Alter. Die schreien schon wieder. Ah ja, Alter. Ich muss da weg. Ja, da geht's runter, ja. Na ja, ich schau mir das von da an. Vielleicht verliert wer Material. Da bricht schon alles zusammen. Der haut schon seine Bomben. Jetzt kommt er zu mir, weil er nichts anderes zu tun hat. Der haut auch was vor. Der Adi ist der Online-Sitzung beigetreten. Mhm. Also jetzt kann's ja nur noch gut werden. Ja. Ja, schau, er spuckt dich an. Das hast du davon, weil es immer auf mich gehst, du dummes Sau. Ja? Jetzt kriegst du das. Jetzt spuckt er dich an. Ja? Alter. Zeig ihm, wer da her ist. Ich könnte jetzt ja mal Material verlieren. Das wär echt geil. Wer geht jetzt? Guck mal, jetzt ist wieder er geblieben, da der Rollmops. Ja, bei mir ist er gerade vorbei geholt, da. Seitenstädter jetzt. Wo? Er sucht mich wahrscheinlich. Ich hab Material gefunden. Anonymer Schädel hab ich jetzt auch. Urukan-Material, schau dir das auch. Ich hab Schwanzerl abgeschnitten. Nein! Sehr gut. Ja, was sagst du, hörst du? Hör, was sagst du? Ich hab einen Haufen, was hat er gemacht von mir? Was hab ich da nicht schon? Geh, wo ist denn das jetzt bitte? Geh, wo ist denn das bitte? Ah, jetzt brennt er wieder raus. Was ist denn das, ein Poppergeier? Dings, Echse oder was? Ich komm ja nicht einmal zu Hause. Der Herbert schimpft mir sein Wagen, leider. Ich weiss nicht, wo es das ist, aber... Das ist okay. Da ist jetzt ein Ruder. Schein ein in den Hax, das mag er nicht. Hoppala, ja weiss. Schau, Alter, ich sehe das nie. Ja, bleib nur stein. Was ist denn du? Ich hoffe. Wie wäre es, wenn du einfach aufhauen würdest? Ja, er geht. Ich kann Schwanz anloten. So. Ja. Rubin, Uragan Rubin. Aha. Wird benutzt, um Ausrüstung dramatisch zu verbessern. Okay. Klingt irgendwie cool, ne? Da haben wir wieder das da. Wie komm ich da auf hier jetzt? So. Mhm. Ich werde jetzt am Rausch rein gemütlich. Ich meine, das Lagerzeug. Siehst du, da haben wir einen Rubin. Den kann man keiner mehr wegnehmen. Schau, der Dicke ist auch immer da, der Jagas. Der kommt schon wieder. Ist ein bisschen schüchtern, da traut es noch nicht zurück. Der steht da hinten, aber der ist sehr schwer völlig unterwegs. Keine Furche. Keine Furche. Das nehmen wir alles mit. Ja, wenn du da in mein Revier eindringst, dann werde ich gegen die da kämpfen müssen. Ich finde das nicht gut. Ich muss die haben. Es tut mir leid, Kollege. Aber wir wissen, dass ich nicht einfach so vorbeirennen kann. Ich kann es nicht. Ja? Ich bin der Monster Hunter. Ich hätte ja fast schon blären, Junge. Okay. Das hat der ja auch nicht gespeichert. Hm. So, dann haben wir mal... Was? Wo ist denn da der Kältetrank? Du Leute sind da Explosionspest. Was? Du explodierst noch. Ich habe ja gar nichts. Also brauchen wir dafür das Kältetrank dann. Rostpilz. Rostpilz. Habe ich nicht einen einstecken? Ich habe ja einen eingesteckt an. Oder? Rostpilz. Also muss ich den lagern. Dann... Ja, ich würde gerne einfach da die Dinger nutzen, was da stehen... Ja. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Was? Ja, aber du bist da teilweise für nichts. Du hast einfach... Die Fähigkeit kräftig nur deaktiviert. Ach so. Jetzt bin ich stärker als vorher, weil ich ohnmächtig geworden bin. Der Himmel. Ne? Warte noch. So. Und den Schaß auch... Wo ist denn da was zum Essen? Schaß, der bringt die scheiß Wespen nicht zu mir zu, wie der Herbert. Er macht es hinten irgendwo. Schaut, dass er das einfach zu mir bringt. Der Urugan wird den Ort bald verlassen. Ja, kann man. Ist mir recht. Im Zweifel einfach reinhauen. Ja. Passt. Einmal ein Notsignal abfeuern. Was ist das? Ja, ja. Wo sind die scheiß Spuren? Der Urugan nehmen. Einmal... Wo kann ich nicht wieder runter gehen, oder? Oh, da unten schon? Ich war ja schon da unten. Gehen wir! Da oben brauche ich noch nicht, gell? Schauen wir mal. Was ist da? Ja, kleinen Viecher. Schreien schwer. Ja, ich ruhe, ich verstehe es aufs Netz. Ja. 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 Schönen. Ich habe doch nichts da unten gekregen. Ich komme nicht bei mir. Nein, da ist auch nichts. Ich gebe es ja nicht, was hat denn die Spuren, bitte. Viecher habe ich schon gefunden. Hm. Ja, das hat er mal gekriegt. Die Sucherei, das ist unnervig. Wir gehen wieder da auf. Schauen wir mal. Ein bisschen nütz. Da ist ein großer Platz und kein Viech ist dort. Ja! Der Ura-Gang wird das Gebiet bald verlassen. Wo im Ghetto? Schwanzerl ist ab! Hahaha! Jetzt kommt er wieder da her, oder? Der andere. Wie doch der geht. Oh, da ist eine Kaufer dabei. Er ist ein Rumpf. Ja, es ist ein Rumpf. Ich bin noch ein Rumpf. Das ist ein Rumpf. Ja! Das ist ein Rumpf. Gibt es sie nicht. Ah, er flüchtet. Ja, jetzt hat er kassiert. So, Material hat er liegen lassen schon wieder. Und noch einmal, Alter. Du bist der Luther King. Ja, Alter, sein Schwanzerl auch noch. Soll ich von jedes Schwanzerl schon, weißt du. In anderen Sands habe ich abgeschnitten in Sands. Schön. Ja, du, man muss schauen, wo man bleibt. So. Biennale Schmau ist das jetzt so. So, ich könnte mir eigentlich, wenn ich schlau bin, die Kotzen holen. Weil die sind da drüben. Dann bin ich auch besser unterwegs. Nö. Dann ist leichter. Und dann werde ich mir den anderen gleich markieren. Weil der scheint eh schon jetzt dann schlecht drauf zu sein. Dann mache ich den fertig. Und dann habe ich immerhin vielleicht von dem ein Material. Und dann schauen wir mal, wo es das so bringt. Mhm. Mhm. Hallo. Wer geht von euch da mit? Der Darsteller. Sehr gut. Ah, das sind diese Dingskotzen. Passt. Ich muss es so 20 Meter bekommen. Nö. Aber wenn du selbst verbrechen hast mit der czarna Tiefe sind, dann marketing. Ja, schreieinander neben. Ge�� Female. Schreie nicht, ONCE nicht. iel nicht. Eine Beschreie. Die K 언제 wenn Sie nicht raus. Ja. Schreie, wieder zu euch haben. Was ihr? Ja. Gehen wir nicht her. Gehen wir mal her. Ja. Ah, Perfekt, Mann. Wenn ich nicht immer schreie, dann ist es viel leichter. Dürfen wir das Kaltgetränk einfach nur einmal trinken, damit es passt? Trinken wir das hin? Super! Super! Sehr lieb von dir! Ja, sie ist voll! Uwe! Nicht ins... Ah ja, eine Eure! Hopp! Was ist denn da jetzt aufgetaucht? Ist das schon wieder so ein Ratian oder was? Keine Ahnung. Ratalos, Alter! Azurna Ratalos! Ja, grüß Gott, ne? Super! Jetzt kämpfen die zwei da gegeneinander, hoffentlich! Der bringt dich um wahrscheinlich, oder? Ja, Alter! Ich finde die letzten Teile nicht von den Ratalos, oder was ich denn finden muss. Da eine Viech da, ne? Ja, der ist ja eine Gigante, ne? Genau! Ja, gib ihm, Alter! Dann brauch ich ihn nicht mehr! Oder kann ich ihn da ausgehen und dann wieder eingehen? Sollt du es mit, glaubst du? Können Sie das mal? Ach so! Ja, halt mal, was er? Ja, das ist mein Ruh! Los, mein Ruh! mmh! Boah! Geh weg! Schön! Jetzt geht er schlafen, der andere. Nein. Geht der andere, das wäre ja lieber, wenn der andere einfach abhauen würde. Ich würde vorspuren. Alter, ich habe dir gar nichts getan. Jawohl, ich habe es gefunden. Ja. Warum war der Nähe Gigante hier? Da geht es wohl zu. Also bei 8 in der Mitte habe ich etwas gefunden. 8 auf der linken Seite. Ja, ich suche nicht einmal nach, Alter, gescheit. Ich bin nur da am Ausweichen und Kämpfen. Ich weiß es ja nicht, Alter, wenn der andere mal da abzieht. Ich kann jetzt auch nach Astrid zurückkehren, anstatt von mir. Boah, die Games ist da, Alter. Ich glaube, jetzt geht er. Der eine hat nur... Der Leid ist wohl an der Explosionspest. Du unternimmst besser etwas... Ich gehe auf dem. Also der Explosionsfähigkeit. Okay. Da geht's nicht. Da geht's nicht. Ja, Alter, ich hab ihn erledigt. Oh weh, die sind mit zu viel Füchern. Die Schweine zu hin, Alter. Ja, ruf was ich da nicht einmischen. Du scheiß Vogelgruppe. Was ist das jetzt? Geil, Alter. Er hat mich noch... Mal los, mein Arzt verbluten jetzt und haut's auf. Ehrlich. Ja. Macht's nicht. Sehr schön. Schauen wir mal, was er mir bringt. Morgen. Ja. Der hat sich hier nur scheißig.